Du bist deutsch? Arbeiten macht Cs Also wenn wir gegen die Typen verlieren, dann weiß ich auch nicht was los ist Außer die Spinbotten, dann weiß ich was los ist Ja, ich richte die Tür nicht hier auf Wie geht das? Blul, beide unten Oh, du bist ein richtiger Spartant Für den anderen noch und dann Spartan wir Ne, also das sehe ich gar nicht ein Rücktrittend betrachtet, wäre es vielleicht besser gewesen Zu gewinnen, richtig? Dass du gesaastet Okay, das sind deutsche, okay, das wird jetzt Das ist der Punkt wo gesaastet wird, weil gegen deutsche werde ich nicht verlieren Ja, ich auch, ich habe mich jetzt mal richtig hingesetzt Nice Vor allem kann ich nicht gegen deutsche die zu wild prrr schreiben oder sowas Sehr schön, planted glaube ich, aber ich bin mir nicht zu 40% sicher Schön, ich werde nicht gegen jemanden verlieren der zu wild rrr schreibt Wir sind zwar uneingespielt, aber das ist unter unserer Würde Das ist sogar unter unserer Sesam Richtig, unter unserem Sesam ist das Genau so sieht es aus Wie viele Sesamringe hast du Einer ist durch Wenn du 10 hast und 3 abgibst Wer sagt ihm, dass ich 3 abgebe Das ist die richtige Antwort Nick, ich glaube du wusstest das nicht, aber das war die 1 Million Euro Frage Äh, von hinten mit einer Schoflitte Ich glaube du wusstest das nicht, aber da steht ja ein Typ bei dir Also ich mein, ich werde gern von hinten genommen, ne War nicht so Lol, als ob der nicht drauf war Ähm Was ist das für ein Typ, Alter Ja So Wie kann ich anfangen, geht zu wallbang und dann hast du ein kleines Problem, Kollege, ne Geil, der eine hat einfach die ganze Ah, besser ist es, oder? Alles klar, Bro Na von ihm Äh, von hinten wieder mit einer Schrotflinte als ob Was sind das denn für Typen, die rushen einfach mit einer Schrot durch? Kann ich mal Slaps hören? Genau deswegen Der Hut gemacht, du Spartanist Ganz oben war der eben Ah, Digga, die Typen Im Chat sind aber auch die übelsten Autisten, ne Boah, schön I fuck your date frisch Ah, ja Jetzt wissen die, dass wir deutsch sind, oder dass ich deutsch bin Sie sind nicht mehr 12 Das ist schade, weil dann sind sie, sonst sind sie mir zu alt Ich glaube der Titel könnte sein, Paulus hier Olli, Fragezeichen Dann zeig ich dir mal wie ein Slush funktioniert So lange essen, bis man Kopfschmerzen kriegt Oder Hirnfrost hin Jo, da haben sie recht Schön Je nachdem wieviel SARS man noch kennt Ja, tschu Kinderriegeln Lutschen Bis das Weiße kommt Nice Wer das nice ist, Snickers-Eis Ich bin tot, weil der Typ nen scheiß MP hat und ich keine M Ich hab inzwischen alle Dateien von dem Blog Äh, wie war der nicht? Okay, das gibt jetzt Stress Entblockiniert? Entblockiniert, oder? Ja, ja Weißt du was wir machen? Die Typen sind eh zu scheiße Die Frage ist, sind die Sache auch vakuumiert? Komm, 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 komm Sehr, sehr gut Das ist, ich schreib dir mal irre gelimmt oder so Signal verschreiben Du bist ein peinlicher Ah, Digga, ich fühl mich jetzt echt beleidigt, ich bin ein Lolli Warte, ich höll mir den, ich höll mir den, ich höll mir den Ich hab auch kein M Der F, wo stand der bitte im Wasser? Ich habe das Patent 1, 2, 3 und die 6 Ah, ja Wenn sich einer nicht saßen kann, dann bin ich jetzt als Toastländer Normalerweise lass ich mir an einem schönen Sonntagnachmittag manchmal 10 Toastboote gut schreiben Schön Ich fühl mich immer noch beleidigt davon, dass ich ein Lolli bin All around me are familiar faces worn out Wird er das, wenn ich nachlade? Ja Das 21 Schuss, wofür musst du nachladen? Planted Schön Ich fiebicke jenen Also es war schon eine knappe Haft Keine Angst, warum wir die Piste abgegeben haben Aber eine 5er KD nehme ich mit Irgendwann kaufe ich dem C4 und CSGO mal C4 Dann heißt der ja Nach dem Motto Minekraft Überall C4 Blenden anfahren Dann alles in die Luft jagen All around me are Er hat mich Er Der kommt da, der kommt da, der kommt da Schön Ja ich aber auch Nicht schön, sondern es ist höh Du hast alles richtig gemacht, so sehe ich diese Sache Mick, ich möchte jetzt bitte dieses Haus hier besichtigen Würdest du mir da eine Rundführung geben? Natürlich Überlege das zu kaufen Hier ist Holz Das da vorne, ich meine das da hinten, das ist mir zu teuer das große hier Der eine ist auf dem Stein und dann auf dem Haus, was ich kaufen will Heißt, wir wollen den mal ganz schnell da runter ballern Das ist mein Haus, ich glaube der hat gehört, dass es frei zum Verkauf steht Kannst du mir noch was über das Haus erzählen? Äh, das ist mal gebaut worden Ich kaufe das Haus Ich habe irgendwie gerade einen guten Run, habe ich das Gefühl Also Ich mache meinen Job im Ranz und dann Sahne Ich möchte einen großen Sahne-Bottich dafür bekommen Du hast das Beste verpasst Ok, wie viele Likes, Kommis und Abos willst du auf die Folge sehen? 50 Saas und 70 Mem Äh, ne Ich hätte gerne 6 Millionen Ne 1.671.646 Likes 4 Millionen Ne 6 Millionen 437.783 neue Abos Nice Leute, folgt mir unbedingt auf meinem Twitch, Twitter und Instagram Bis dahin Ciao Was hältst du davon, dass der Typ eigentlich am Ende der Runde durch die Nudes deiner fetten Mutter, du Huren-Sin geschrieben hat? Keine Ehrenhaft Ja, das waren wirklich Affen, ne Sprech den Like-Button, 20.000 Likes, ne